Ach, ich mache das gar nicht gerne, aber der Vollständigkeit halber muss es eben sein. Wenn ich in der letzten Folge, also die zum Atari-Portfolio, den Eindruck erweckt haben sollte, dass die verbaute CPU 80C88 von MOS Technologies entwickelt worden sei, dann muss ich dies wieder rufen. Ich habe in der Zwischenzeit mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Atari gesprochen und er versicherte mir recht glaubhaft, dass diese CPU von Oki entwickelt worden ist. Oki, wer? Der bekannte Druckerhersteller. Wer dann wiederum alles, die CPU in Lizenz produziert hat, das steht auf einem anderen Blatt. So, jetzt aber ran ans Gemüse. Nach der letzten Atari-Folge habe ich wohl einiges gut zu machen in der Amiga-Gemeinde. Dann versuche ich es jetzt mal mit Freddy Frittons Ansage zum Ende von Dinner for One. Well, I will do my very best. Und da bietet sich die Better Workbench doch namentlich direkt an. Die schauen wir uns nämlich jetzt mal an. Schnörkellos und leistungsfähig. Von der Workbench 3.1 zur Better Workbench 4.0. In den 42. Jester Chips. Aus diversen früheren Jester Chips-Folgen kennen wir ja bereits die quietschbunte Classic Workbench. Diese ist, ebenso wie die nun antretende Better Workbench, eine Erweiterung zum Grundgerüst der normalen Workbench 3.1. Unterschied auf dieser Ebene? Die Classic Workbench bietet noch Versionen für OS 3.5 und OS 3.9. Eines ist die Better Workbench sicherlich nicht. Ein Augenschmaus. Nein, diese Erweiterung will vor allem puristisch sein und mit breitem Funktionsumfang sowie Geschwindigkeit glänzen und nicht mit vielen Farben, Hintergrundbildern und schicken Piktogrammen. Womit wir auch schon gleich bei den sehr bescheidenen Systemvoraussetzungen wären. Die Better Workbench läuft auf einem einfachen Amiga 1200, also 68020 Prozessor und 2 MB Chip-Ram, sowie mindestens Kickstart 3.0 und mindestens 10 MB freiem Festplattenspeicher. Die niedrigste lauffähige Konfiguration, welche ich unter WinUA ehemal emuliert hatte, war ein Amiga 500 mit 512 KB Chip-Ram. Da startete die Better Workbench zwar auch, aber mit dann nur noch 190 KB freiem RAM macht das freilich keinen Spaß. Unabhängig von der Hardware ist es unbedingt erforderlich, dass bereits eine Workbench 3.1 Installation vorhanden ist. Wo bekommt man die Better Workbench nun her? Am besten direkt vom Hersteller. Lilibut.amiga-projects.net Hier gibt es auch noch mehr Zeug für den Amiga zum Download, allesamt Projekte vom guten Gulliver. Gehen wir also auf Better Workbench. Die ersten angebotenen Downloads lassen wir links liegen. Dies sind Update-Installationen, wenn man bereits eine ältere Better Workbench-Version installiert hat. Was uns interessiert, ist dieser Link hier, die Vollinstallation. Wir können entweder ADF- oder DMS-Diskettenimages herunterladen. Ich nehme da lieber die ADFs, was keinen tieferen Grund hat. Das ist Geschmackssache. In dem heruntergeladenen ZIP-File befinden sich insgesamt sechs Diskettenimages. Diese müssen freilich entpackt werden, idealerweise an einem Speicherort, den wir später auch wiederfinden. Ich schmeiße jetzt den ganzen Bettel einfach mal auf den Desktop, denn, naja, offene Vorgänge landen ja schließlich auch immer mittendroff auf dem Schreibtisch. In diesen PNG-Bilddateien hier befinden sich übrigens stilechte Disketten-Labels. Wer also was fürs Auge braucht, kann damit hübsch seine Disketten dekorieren. Nun gäbe es wieder mal verschiedene Möglichkeiten weiterzumachen. Schnell und bequem in einem Amiga-Emulator wie etwa WinUAE oder klassisch mit einem richtigen Amiga, einer richtigen Festplatte und mit richtigen Disketten. Bei der Classic Workbench habe ich damals auf den Emulator gesetzt. Die Better Workbench ist jedoch von Natur aus ein Asket. Und daher greife ich jetzt erstmal voll in die Diskettenkiste und zerre sechs Double-Density-Disketten raus. Jawohl. Selbstverständlich. Na, why? Na doch eher nett. Ich habe ja dieses Dingelchen hier. Den HXC-Floppy-Emulator Revision F, welcher sich einwandfrei auch als externes Diskettenlaufwerk einsetzen lässt. Nähere Infos zu diesem tollen Stückchen Hardware findet ihr in der Folge 9 der erste Chips. Der Kopierprozess ist recht simpel. Wir stecken eine SD-Speicherkarte in den Windows-PC, starten die HXC-Software und ziehen die ADF-Images der Better Workbench dort hinein. Jetzt nur noch auf die SD-Karte exportieren. Dabei werden die ADF-Dateien ins HXC-verträgliche Format HFE umgewandelt. Und das war's schon. Wer im Übrigen sich wirklich echt Amiga-Disketten aus den Disketten-Images erstellen möchte, dem empfehle ich wieder mal den Amiga Explorer. Ins Detail gehe ich hierzu jetzt nicht. Wer sich das Thema anschauen möchte, der guckt mal in die Folge 3 der erste Chips. Da heißt das Schwerpunktthema eben Amiga Explorer. Mein System hier ist, wie gesagt, ein einfacher, ungetunter Amiga 1200 mit einer kleinen Compact-Flash-Karte als interne Festplatte. Der Vollständigkeit halber schauen wir uns auch nochmal ganz geschwind die Installation der Workbench 3.1 an. Also der Workbench, die man damals normalerweise zu seinem Amiga 1200 dazu gekauft hat oder die schon vorinstalliert war. Natürlich braucht ihr hierfür die entsprechenden Disketten oder eben Disketten-Images. Booten wir also jetzt den Amiga von der ersten Workbench 3.1-Diskette mit dem Namen Install. Dies würde übrigens auch vom HXC-Floppy-Emulator am Disk-Port funktionieren, hätten wir denn dort nun das entsprechende Disketten-Image der Workbench-Install-Diskette angewählt. Denn ab Kickstart 2.0 können Amigas auch von anderen Disketten-Laufwerken booten, nicht nur vom ersten Laufwerk namens DF0, welches für gewöhnlich das interne ist. Auf der Install-Diskette finden wir unter HD-Tools die HD-Toolbox. Wenn wir diese öffnen, sollten wir unsere internen Festplatten sehen. In diesem Falle ja die gern genutzte Lösung mit einer Compact-Flash-Karte. Da diese Compact-Flash-Karte hier noch komplett verwindowsed ist, also für den Amiga gänzlich unbrauchbar, müssen wir sie erst einrichten. Wir markieren die Compact-Flash-Karte und gehen auf Change Drive Type. Nun auf Define New und auf Read Configuration. Die Felder Manufacturer's Name, also Herstellername, Drive Name und Drive Revision kann man ändern, muss man aber nicht. Wichtig ist die Vergabe eines Namens für das Laufwerk, sonst meckert das Programm. Weiter geht's mit OK. Unsere eben neu erstellte Konfiguration ist nun markiert. Weiter mit OK. Jetzt sehen wir, dass uns nun alle Optionen zur Verfügung stehen, welche zuvor ausgegraut waren. Weiter geht's mit der Partitionierung über Partition Drive. Ich erstelle stets mindestens drei Partitionen. Eine für das System, also die Workbench, eine für Anwendungen und Spiele und eine für Versuche und temporäre Dateien. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr das am liebsten haben wollt. Über den Schieberegler hier oben kann man recht einfach die gewünschte Partitionsgröße einrichten. Neue Partitionen erstellt man, indem man auf New Partition klickt und dann in einen freien Speicherbereich. Dort wird dann automatisch eine neue Partition angelegt, welche den gesamten freien Speicher für sich in Anspruch nimmt. Unten bei Partition Device Name steht jetzt Change Me, also Ändere mich, was wir auch tun werden. Klassischerweise heisst die erste Partition DH0, können wir hier ja auch so sehen. Also nennen wir die nächste Partition DH1 und wiederum die nächste DH2. Das sind traditionelle Bezeichnungen. Man kann auch andere verwenden. Sie müssen jedoch stets im System einzigartig sein, dürfen also niemals mehrfach vorkommen. Da wir eine Comeback Flashkarte verwenden, ist es wichtig, die Advanced Options zu öffnen. Hier lassen wir alles wie es ist und gehen auf Change. Hier stellen wir die Max Transfer Rate auf 0x1FE00. Dies ist der empfohlene, sichere Wert für die Verwendung von Compact Flashkarten. Der Rest bleibt wie er ist. Nur noch rückwärts raus mit OK. Diese Aktion wiederholen wir für jede Partition. Ich belasse es in diesem Beispiel jetzt mal bei dem alten Fast File System des Amiga OS. Wer ein moderneres, schnelleres Dateisystem einsetzen möchte, hätte nun hier noch die Gelegenheit dazu. Wir machen nichts dergleichen und fahren fort mit OK. Jetzt heisst es Save Changes to Drive und oben ändert sich das Changed in Not Changed. Kommt bitte in keinem Fall hier auf die Idee, ein Low-Level-Format auf Eure Comeback Flashkarte durchzuführen. Diese Funktion ist ausschließlich für echte mechanische Festplatten gedacht. Comeback Flashkarten kann man mit solch einer Aktion beschädigen, wenn nicht sogar komplett schrotten. Raus hier mit Exit und nun einmal die Kiste neu starten. Da haben wir nun unsere neuen Partitionen, welche jetzt noch formatiert werden müssen. Nichts einfacher als das. Partition mit einem einfachen Linksklick markieren, dann mit gedrückter rechter Maustaste oben in Icons und dann auf Format Disc. Hier geben wir dem Kind noch einen Namen. Dann gehen wir auf Quick Format. Wir werden noch zweimal gefragt, ob wir auch keinen Dachschaden haben und schon ist es passiert. Das Ganze wiederholen wir bei den anderen Partitionen dann auch nochmal. Jetzt können wir die Workbench 3.1 installieren, indem wir wieder die Install-Diskette öffnen und in den Ordner Install gehen. Dort wählen wir nun die Sprache der Teutonen aus und klicken uns einfach durch. Hier könnte man jetzt Druckertreiber installieren. Naja, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Also weiter. Und dann rennt die Installation. Unterbrochen von ein paar Diskettenwechseln munter durch. Während das Ding hier schafft, noch ein kleiner Tipp. Solltet ihr in der HD-Toolbox eure interne Festplatte oder Compact-Flash-Karte nicht angezeigt bekommen, so markiert die HD-Toolbox mit einem einfachen Linksklick und geht mit gedrückter rechter Maustaste oben auf Icon und dann auf Information. Hier muss hinter SCSI-Device-Name das SCSI-Device stehen, beziehungsweise eben der Device-Name eures Festplatten-Controllers. Damit es unter WinUAE mit einer HDF-Datei, einer Hard-File, also einer Datei, welche sich als Festplatte ausgibt, funktioniert, müsste hier UAE-HF-Device stehen. Einfach mal prüfen. So, die Installation der Workbench 3.1 ist fertig. Wir entnehmen sämtliche Disketten und lassen den Amiga einmal neu starten. Ja, so weit, so gut. Aber mit der normalen Workbench 3.1 wollen wir uns ja nicht abgeben, sondern wir wollen mehr. Wir wollen was Besseres. Wir wollen die Better Workbench. Nun schließen wir den HXC als externes Floppy-Laufwerk am Diskport des ausgeschalteten Amiga 1200 an und stecken die SD-Karte mit den Installationsdisketten-Images der Better Workbench in den Slot. Starten wir jetzt den Amiga 1200. Am HXC wähle ich nach dem Bootvorgang die erste Diskette aus. Dankenswerterweise sind die Image-Dateien durchnummeriert. Die Installation an sich ist wirklich ein Kinderspiel. Einfach Install Better Workbench ausführen. Und der Installer, das ist ein Träumchen. Keine lästigen Nachfragen. Es wird direkt mit dem Kopierprozess begonnen. Macht hier also keinen Doppelklick, wenn ihr euch nicht wirklich sicher seid. Der fragt nicht lange, der macht einfach. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr diesen Vorgang doch lieber in einem Emulator machen wollt, dann aktiviert alle verfügbaren Diskettenlaufwerke und legt dort die Disketten-Images hinein. Somit erspart ihr euch einige, wenn auch nur simulierte Diskettenwechsel. Die Disketten der Better Workbench sind übrigens bootfähig. Allerdings bringt uns das nichts. Wir erhalten bei eingelegter Diskette lediglich beim Starten des Amigas den freundlichen Hinweis, dass wir die Workbench 3.1 von Festplatte laden sollen, um die Better Workbench installieren zu können. Am Ende der Installation kommt eine Frage, die dem einfachen Otto-Normal-User ein Fragezeichen auf die Stirn nageln mag. So auch mir. Hier wird angeboten, das gesamte System zu beschleunigen, indem Umgebungsvariablen effizienter genutzt werden. Was auch immer das nun bedeuten mag. Für was ihr euch hier entscheidet, ist prinzipiell egal. Ich stehe auf schnell, daher sage ich Ja und akzeptiere den Warnhinweis, dass ich bei jeder Veränderung der Preferences eine Fehlermeldung angezeigt bekomme. Offensichtlich muss man für mehr Speed einen gewissen Preis zahlen. Und das war's schon an Installationsarbeit. Jetzt alle Disketten raus und neu starten. Der erste Eindruck? Hat sich da überhaupt irgendwas verändert? Das Herz des Puristen dürfte Freudensprünge machen, denn augenscheinlich hat sich ja, mal abgesehen von diesem Bällchen hier auf der Schublade, nichts getan. Aber das trügt. Einen handfesten Hinweis auf die Better Workbench findet man nicht mal in der Versionsnummer. 40.42, das ist die normale Workbench 3.1. Aber warum auch? Es ist ja nur eine Erweiterung und keine komplett neue Workbench. Was das geschulte Auge jedoch bemerkt, die Better Workbench genehmigt sich etwas mehr Arbeitsspeicher. Wenn wir einen verstohlenen Blick ins Hauptverzeichnis werfen, sehen wir auch hier erstmal nichts Neues, nur leicht modifizierte Piktogramme. Um den wirklichen Mehrwert zu finden, müssen wir also definitiv ein paar Stollen weiter auf Teufel gehen, wie der Bergmann sagen würde. Seht's mir aber bitte nach, dass ich nicht alle Erweiterungen ansprechen kann, denn das würde ein wenig heftig werden. Beginnen wir mal mit den Prefs, also den Voreinstellungen. Irgendwo muss man ja anfangen und alles schaffen wir in dieser Folge eh nicht mehr. In den Prefs finden wir unter anderem das Programm A-Backup. In der originalen Workbench 3.1 gab es überhaupt kein Backup-Programm, da kann man um dieses Tool hier nun echt froh sein. Es ist sehr einfach zu bedienen und bietet sogar die Möglichkeit, neben dem mitgelieferten Packprogramm auch selbst gewählte Packer einzusetzen. Auch neu, die MIDI-Ports. Ein Konfigurationstool für die Verwendung von MIDI-Anschlüssen. Ab Werk verfügt zwar kein Amiga über einen MIDI-Port, ja, auch die MIDI-Anschlüsse vom CD-TV sind nur Umleitungen vom seriellen Port, trotzdem kann man mit diesem Tool eventuelle Systemerweiterungen einrichten bzw. eben den seriellen Port für MIDI ertüchtigen. Webbench Startup Tja, der eingefleischte User wird sich nun denken, warum haben die diesen Ordner in die Prefs geschoben? Ein Doppelklick darauf bringt die Antwort. Es ist kein Ordner, sondern ein schönes Bequemlichkeitstool, mit dem man ganz easy Hilfsprogramme, die Commodities, ein- bzw. abschalten kann. So erspart man sich das ewige Rein- und Rauskopieren in den Ordner Workbench Startup. Den gibt es nämlich immer noch. Die Funktion hinter diesem Tool ist aber genau die gleiche. Aktiviert man ein Commodity, wird dieses im Hintergrund in den Ordner Workbench Startup gebracht. Schaltet man einen Punkt ab, verschwindet es aus diesem Ordner. Aktivieren wir mal CronTask und Magic Menu. Die beiden brauchen wir. Sonst kann ich zwei weitere Neuerungen in den Prefs gleich nicht zeigen. Damit das Ganze aktiv werden kann, muss man das System neu starten. In Workbench Pattern sieht erstmal alles aus wie immer. Bis auf diese kleine Checkbox hier. Lock Pants 4-7. Das kann sehr hilfreich sein, denn wer kennt das nicht? Man hat mal wieder gar nichts gemacht und plötzlich passen aber trotzdem die Farben nicht mehr. Kann hiermit nicht mehr geschehen. Zumindest nicht unbeabsichtigt. Das Menü Serial wurde gründlich überarbeitet. Hauptunterschied, man kann jetzt höhere Geschwindigkeiten als 31.250 Bord einstellen. Und man kann nun deutlich komfortabler ein anderes serielles Device auswählen. Die Better Workbench liefert ihre normalen Standard-Piktogramme, bringt aber auch noch einen kompletten Satz an Glow-Icons mit sich. Das Umschalten zwischen diesen beiden Stilen ist mit der Better Workbench extrem vereinfacht worden. Mit Hilfe des neu hinzugefügten Icon Set kann man zwischen den beiden Stilen wählen. Na nü, die Piktogramme schauen ein bisschen farblos aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also stellen wir mal geschwind in Screen Mode ein paar mehr Farben ein. Diese Fehlermeldung hier ist die, welche wir vorhin bei der Installation in Kauf genommen haben. Kann man also bedenkenlos ignorieren. Jetzt sieht das Ganze doch schon sehr schick aus. Freilich nur, wem es gefällt. Was aber sehr ordentlich ist. Nicht nur das Erscheinungsbild der Piktogramme hat sich geändert, sondern auch die Positionen sind gleich aufgeräumt worden. Kein lästiges Überlappen. Das Zeug ist gleich akkurat angerichtet. Wir haben zuvor Magic Menu im Workbench Startup Verwaltungsprogramm aktiviert. Nur was ist das? Eine ganz nette Angelegenheit, welche es auch in der Classic Workbench gibt. Aber nicht in der originalen Workbench. Statt immer nach oben mit der Maus gehen zu müssen, um per gedrückter rechter Maustaste ins Menü zu kommen, reicht nun ein einfacher Rechtsklick aus und das Menü erscheint direkt neben dem Mauszeiger. Die Maustaste muss auch nicht mehr gehalten werden. Ein, wie ich finde, wunderbares Ergonomie-Tool. Mit Magic Menu Prefs können wir das Erscheinungsbild und das Verhalten von Magic Menu beeinflussen und unseren Bedürfnissen anpassen. Unter Microsoft Windows 3.1 hieß es Schedule Plus. Im heutigen Windows 10 nennt es sich Aufgabenplanung und in der Better Workbench heißt das Ding Cron Prefs. Die Funktion ist die gleiche. Wollen wir zu bestimmten Zeitpunkten einmalig oder zyklisch Prozesse starten, so können wir dies über dieses Programm einrichten. Full Palette stellt die volle Kontrolle über alle verfügbaren Workbench-Farben, also bis zu 256 Stück in einem AGA-Amiga, zur Verfügung und sorgt dafür, dass diese Farben durch keine anderen Anwendungen modifiziert werden können. Man kennt das vielleicht von mehrfarbigen Piktogramm-Sets, die urplötzlich total bescheuert aussehen, weil die Farben durcheinander geraten sind. Und hiermit hat man die Sache im Griff. Bevor wir diese Folge beenden, schauen wir noch geschwind in die Utilities rein. Dafür ist noch Zeit. Wir finden hier, neben den üblichen Programmen, die es auch bei der Workbench 3.1 gibt, den Audio-CD-Player A-CD-Player. Für den Betrieb eines selbigen braucht man freilich auch ein CD-Laufwerk. Kann ich leider nicht demonstrieren, denn ich habe kein CD-ROM-Laufwerk für meinen 1200er hier. Für den Liebhaber von netter Hintergrundmusik ist dies gewiss eine tolle Sache. Snoopdos! Ja, endlich hat mal eine Workbench dieses Tool im Gepäck. Ich rede mal nicht viel rum und zeige einfach, was dieses Teil kann. Snoopdos zeigt uns in seinem Fenster die Vorgänge an, welche wir am Amiga ausführen und das recht detailgetreu. Wir können quasi sehen, was im Hintergrund so alles vor sich geht. Sollte mal eine Software nicht funktionieren und man kommt nicht klar mit der angezeigten Fehlermeldung, insofern es sie denn überhaupt gibt, kann man Snoopdos im Hintergrund laufen lassen und später dann nachvollziehen, an welcher Stelle das Programm ausgestiegen ist und analysieren, an was es lag. Denn freundlicherweise wird uns hier ganz hinten bei Result angezeigt, ob der angetriggerte Prozess funktioniert hat oder eben nicht. Ein an und für sich heutzutage unvorstellbares Tool. Ein heutiger Windows-Rechner ist immer dran, irgendwas zu wursteln, auch wenn man selbst keine Eingabe tätigt. Ein Snoopdos für Windows würde permanent den Schirm vollschreiben. Wobei das vielleicht doch mal interessant sein könnte, was das Windows da so treibt. Naja, beim Amiga gilt aber eben noch, tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Ja, und damit wäre Teil 1 schon wieder zu Ende. In der nächsten Folge geht es weiter mit interessanten Features, welche uns die Better Workbench bietet. Eins jedoch vorweg für unsere Spielekinder, WHD-Load ist nicht im Umfang der Better Workbench enthalten, wie dies etwa bei der Classic Workbench der Fall ist. Dies muss aber nichts Schlechtes sein, denn die WHD-Load-Versionen, welche in den Classic Workbenches enthalten sind, haben keineswegs den Anspruch, stets auf dem neuesten Stand zu sein. Da ist es also recht und billig, wenn man bei Verwendung der Better Workbench sich bei Bedarf WHD-Load eben selbst und eben in der letzten verfügbaren Version herunterlädt und nutzt. An dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön an das, der Name ist echt krass, an das Invaliden-Kommando, beziehungsweise denjenigen, der sich dahinter verbirgt. Da hat mir doch einfach mal so mir nix, dir nix, das Retro-Gamer-Jahrbuch 2016 mit einem 30 Jahre Amiga-Special zukommen lassen. Also mein lieber Mike, vielen lieben Dank dafür. So ein Geschenk kriegt man echt nicht alle Tage und es ist definitiv nichts Selbstverständliches. Dankeschön dafür und wir bleiben in Kontakt. Bis zum nächsten Mal dann. Adele, ciao und bye bye. Euer Mike. Euer Mike.